Aber was, Cutscene? Oh ne, nicht wieder Cutscene. Ey, die ganze Umgebung, die lädt bei mir gerade erst nach, ne? Was ist das denn? Eine fliegende Box? Müssen wir... Was ist das Quart, Alter? Was, fahren wir jetzt ein Rennen? Ja, Mann. Ja, Mann, easy. Mit T stößt du einen Kampfschrei aus. What the heck? Wow! Alter, jetzt geht's ab, Junge. Dreißt du, Mann? Ey, Banghard, wo geht's hin? Ja, Alter, nein! Bist du? Ich bin gegen Auto geknallt, Mann. Mein Fahren ist echt nicht so mein Ding. Du hast ja ne Bombe aufgehoben, ey. Was muss man damit machen? Keine Ahnung. Mit bester hat man zugehört, Mann. Ey, der bist ja ja bangert. Ah! Epic Fail! Bombe gelegt! Yo! Ey, wieso hast du die Bombe wieder aufgehoben? Ach! Ach, wir fallen hier gegen andere, oder was? Ey, wir müssen fünf Bomben dahin legen, Digga. Ey, das macht ja voll Spaß. Das ist irgendwie auf Zeit, oder so, oder gibt's irgendwie keine Gegner? Ah! Junge, 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 Alter. Bombe gelegt, ich hab vier gelegt, ey. Ich weiß nicht, warum das Fahren hier nicht... What the fuck, Alter? Junge, dieser Jump, ey. Ja, du hast die letzte Bombe. Ja, ja, ich bin unterwegs, Digga. Bin unterwegs, komm! Ich will die Bombe haben! Wo ist die Bombe? Ey, hör doch mal auf damit, Mann. Oh, Mann, ey, du bist so scheiße, echt, ey. Das da ist definitiv Worst Fail Ever, ey. Leute, das muss ja jetzt ein bisschen Spaß machen. Ja, ich hab die Bombe gelegt und hab gewonnen. Ja, Destructic wins. Du bist ein richtiges Arsch. Du bist ein richtiges Arsch. Junge, Junge, Junge. Das hat Spaß gemacht. Leute, bei mir zeigt er gar keine Waffen an, ne? Alter, wo bist du? Ach, jetzt. Wo bist du denn? Ah, hier, hi. Ja. Toi, jetzt hab ich hier irgendeine Low Scheiße. Was gibt's hier? Alter, ne, silenced. Na toll, ey, jetzt muss ich hier mit der Scheiße da spielen, ey. Warum muss ich jetzt damit spielen, Mann? Ich hab mich als Sniper so wohl gefühlt. Gibt's hier eigentlich friendly fire, ne, ne? Warte mal, kann ich das auch ändern? Warte mal. Nee. Ich glaub nicht, es ist zu spät. Oh, toll, jetzt muss ich hier das Chapter mit Dings spielen, Alter. Der Weg. Der Weg. Die enemy ist armd. Mit Knife. Ich bin noch so lower als. Okay, okay, okay. Okay, okay. We can flee. 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 Braum, braum, braum. Da kommt schon wieder die Dubstep-Mucke. Kill-Assist. Siehste, er fängt schon an. Und schon irgendwo ein Kill-Assist. Alter, da geht nix rein mit dem Scheiß-Ding, Mann. Ja, ist so, ne? Und der lacht mich voll mal aus, ey. Der lacht mich voll mal aus. Ah, scheiß, bin tot, ey. Wiederbelebung, wiederbelebung, wiederbelebung. On my way. Down. Ab geht's. Alter, ey. Ich war Z-Dump immer voll. Ich will mal die Waffe hier, mal gucken wie die abgeht. Alter, liegt hier nicht irgendwo eine fucking Sniper rum, Alter? Scheiße! Mann, Mann, Mann. Erstmal heilen. Alter, hat denn keiner von den Pennern da ne Sniper gehabt, ey? Da hat einer ne Sniper, oder nicht? Ja, ja, da, da, da. Irgendwo seh ich ne Sniper. Oh, ne, ne, ne Hund, ne Hund. Noll, Mann, Alter. Close. Ich hab keine Money mehr. Ich hab dich was aufgenommen. Ey, das war ein Sniper. Nice, ey. Toll, man kann nicht durch die Fenster klettern. Super, sanke. Weiß, wiederbelebung, wiederbelebung, wiederbelebung. Ja, warte, 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 warte. Ah, Checkpoint, ey. Was ist das? Lebst du wieder? Ja. Wollte Checkpoint erreicht haben. Der irgendwo muss sich aber jetzt hier mal den Sniper-Typ befinden. Warum nicht den Sniper, Alter? Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ah, jetzt geht der Sniper da. Ich hab ihn down. Ich hab ihn down. Ja. Ja, okay, du holst die Bombe, ich bleib hier vorne. Und snackt direkt um. Kann man damit nicht ein bisschen laufen? Für den musst du eigentlich eine RPG nehmen. Nee, du musst schnell durch und da vorne die Bombe einfach legen. Da fliegt die Scheiße in die Luft und der Typ kann mich am Arsch lecken. So einfach ist das. Guck, dass du zuerst die Bombe da hinten ablegst, nicht die nähere. Damit wir nachher die, also da hinten hin. Oh, da kommen die Schnarrn. Okay, er ist abgelegt. Egal, 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 egal. Du kannst übrigens den Todesstrahl, also die Spezialfähigkeit mit T aktivieren, ne? Ja, das weiß ich. Bisher haben die uns noch nicht entdeckt. Wenn wir es schaffen, wenn wir Glück haben, schaffen wir es so. Schlafen wir. Easy und weg. Sind den Scheiß. Also so ist es einfacher natürlich, ne? Klar. Weil wir uns nichts vor. Ja, sowas ist ja easy. Oh ja, jetzt wird es ja. Ja, pass auf. Two, one. Ah, cut 10. Warum mit cut 10, Alter? Ohne wäre das nicht kleiner gewesen, Mann. Ja, ja. Not bad. Easy. Oh. Und wenn es so schön war. Du wolltest dich umlegen, ne? Wie in Riptide.